Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, Bayern München U3, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2019-2020, 19. Spieltag, Bayern München U23 gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1-3. Startelf, Bayern München U23. Frischetelt, Rechartes, Felelan, Sekabil, Bühn, Wil, Welsmüller, Reku, Silla, Recherchelt, Weidet. Startelf, Kaiserslautern, Krill, Schad, Kraus, Arnold, Hecherch, Schickenickerch, Bachmann, Kulveter, Zug, Thiele, Pick. Das war's von Bayern München U23 gegen Kaiserslautern, 20.47 Uhr.